Hallo, in diesem Video nur ganz kurz gezeigt, wie Sie Minecraft auch unter Ubuntu 12.04 installieren oder spielen können, denn installiert wird hier eigentlich eher weniger. Das gleiche funktioniert natürlich unter jeder anderen Ubuntu und wahrscheinlich auch unter jeder anderen Linux-Version. Zuerst einmal besorgen wir uns das entsprechende Minecraft-Paket, Link in der Beschreibung, bringt sie direkt zur Download-Seite, dann hier einfach minecraft.jar herunterladen. Das habe ich jetzt hier schon gemacht, liegt hier auf meinem Desktop. Danach öffnen wir das Ubuntu Software Center oder eben zum Beispiel Synaptic. Für den Fall der Fälle, dass sie das unter einer komplett anderen Distribution machen. Hier suchen wir einfach mal nach Java. Dann sollten wir unter anderem OpenJDK Java 7 Laufzeitumgebung finden. Wir können allerdings auch diese Nummer 6 nehmen. Relativ egal, ich habe jetzt hier einfach die Version 7 genommen. Wir klicken auf installieren. Müssen wir das Passwort eingeben. Nachdem das erledigt ist, können wir das hier wieder schließen. Rechte Maustaste auf unserem Java Paket. Wir wählen die Eigenschaften aus dem Kontextmenü an, den Karteireiter Zugriffsrechte und dann haben wir hier Ausführen, Datei als Programm ausführen. Die Checkbox wird gesetzt. Schließen und das war es im Grunde auch schon. Jetzt über das Kontextmenü, also rechte Maustaste, einfach mit OpenJDK Java 7 Runtime öffnen. Klicken wir da also einfach mal drauf. Werden die entsprechenden Daten hier eingegeben. Ja, Semper Video alleine war nicht mehr verfügbar. Insoweit wieder einer mehr, dem wir die Grütze aus dem Schädel klagen können. Danach das Passwort und dann halt auf Login geklickt. Hiermit erledigt. Dann werden die eigentlichen Pakete heruntergeladen. Und schon kann das Ganze losgehen. Ist also ganz einfach und damit wäre dann bewiesen, dass nur weil man das installieren kann, hat man noch lange keinen Plan von dem Spiel. So wie meiner einer. Okay, mir ist schon klar, dass ich da alles kurz und klein schlagen kann und das kommt meiner Gemütslage gerade sehr entgegen. Das Problem ist nur, ich kann mir überhaupt nichts bauen. Ich weiß nämlich nicht, wie diese Pläne sind, um sich da irgendwas selbst zusammenzutackern. Das einzige, was ich mal geschafft habe, war ein goldener Dildo, aber mit dem konnte ich dann auch nichts anfangen. Deswegen habe ich den an meine Kollegen weitergegeben. Also, geht ganz einfach. Jedenfalls die Installation. Okay. Geben kann ich weiterge worldview sind sie